Wir kommen zurück zu Extreme Bikern. Part 4 jetzt. Und gehen los. Und gehen los. Von der Runde. Die letzte Runde war nicht so gondios. War richtig geil. Finde ich zumindest nicht. War richtig geil. Schaut euch hier auf jeden Fall an. Wir fallen jetzt 125, oder? Ja, hört mal. Ja. Das wird lustig. So, erster Runde. Wie jeder anders fliegt. Zappi ist am Anfang immer Erster und dann verkackter. Ja. Ich bin halt cool, aber dann... Was macht der Domi denn da? Ich konnte nicht mehr nach links lenken, irgendwie. So, lass mich raten, du bist Dritter. Und? Mal klar. X drücken nicht vergessen. Uiuiui, das hab ich vergessen. Sonst kommt man da nicht drüber. Kommt aber auch so gut. Wie der Sepp hier eiskalt wieder abkürzt. Das darf man. Das darf man nicht. Doch. Das sollte man ausfahren. Hab ich schon gemacht, dass ich noch nicht mehr wusste, was abkürzen ist. Achso. Das ist keine Entschuldigung. Doch. Nee, echt nicht. Irgendwie fliegt der auf den 125 irgendwie nicht so hoch. Wow. Ja klar, ist er nicht so schnell. Also... Ja trotzdem. Ich glaub ich weiß was du meinst. Man fliegt so flach immer. Vielleicht wenn man so leicht ist. Ja genau. Wendigkeit. Kann sein. Ja bei mir auch viel Fragezeichen ist es auch so. Da bist du ja hohe Wendigkeit aber trotzdem. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht kommt es dir auch nur so vor. Das ist die Leistung. Das macht vielleicht was aus. Nein, das ist einfach, weil du nicht so schnell bist. Leistung ist leichter. Je weniger Leistung, umso leichter. Nein, weniger Leistung, umso schlechter kommt der Berg hoch. Ja, aber du bist auch leichter. Ach du Scheiße. Kann ich abbremsen, gell? Ja, weil ich gedacht hab Fragezeichen... Bisschen musst abbremsen. Also ein bisschen Schock. Na, muss ich glaub ich nicht. Na, ich hab abgebremst. Na, ich hätt 115 drauf gehabt und dann... Rums. Das ist ja hart gewesen. Grad an der Nase gejuckt und dann währenddessen aufgekommen. Boah. Ein Schock, ey. Boah. Ich hätt's fast voll übergehauen. Hat's? Fast, fast. Boah, haben jetzt die... 97 gefahren gerade. Ich hätt wieder vergessen, oder was? Was? Seppi. Nein, nee, ey. Bissl schief geflogen, dann so... So mit einem Ellbogen oder so auf dem Ding drauf. Auf dem was dran. Mit einem Ellbogen. Ellbogen. Jetzt kommt's! Oooooooo, du! Was du so schnell? Hast du, weil ich verhängen geblieben bin? Hä? Scheiße, zu hoch. Viel zu weit innen. Äh, äh, äh. Die ganze Zeit. Dreck! Wer ist jetzt zweiter? Ich. Noch. Aber wir sind ganz nahe hintereinander. Ich seh's auf der Karte. So blöd, dass ihr so... Oder voreinander. So blöd, dass ich so gut bin, dass man nie so ganz sieht, die Kämpfe. Ja, ja. Das wär ich bei euch im Mittelfeld. Aber nö, ich bin so gut und... Fahr von weg. Das ist ja immer so, gell? Hm. Ja. Voll immer. Ha, letztes hier, letzte Runde. Dritter. Das muss man dann so einblenden im... Link. Das wie du vorher. Ne, so als Video direkt. Du sollst so sicherlich im Fall... Genauso als Replay wie beim, äh, äh... Hey, hab schnellste Runde. Ich hab schnellste Runde. Ich hab schnellste Runde. 1,13,61. Bin ich. Toll, du bist 100 zu schneller als ich. Bravo. Gratuliere. Nice, gell? Nein. Ich hol doch ein. Ey, auf. Halt. Ich glaub, nicht springen ist besser hier. Bei den Lastern. Nicht ich? Ja, nicht ich ist besser. Ach gell, du Knallkopf. Jetzt bin ich nicht gesprungen und dann ist sowas. Äh, da hängt man aber komisch drin. Ja. Also ich bin, ich komm genauso. Ah, Entschuldigung. Ich komm da mit Generato drüber. Ja, ich bin links von denen, äh, runter und da bin ich irgendwie so komischen Luftgehang. So. Was mir mal aufgefallen ist, überall, wenn sie Wasser einbauen, bauen sie sowieso so bewegliches Wasser ein. Ja, ist doch eigentlich geil. Ja, also Objekt haben sie es. Nur nicht im Freestyle. Ja, stimmt. Bei der Mutter Morgana, beim Vater. Genau, bei der Mutter Morgana. Ist nicht so, obwohl sie es eigentlich auch hätten machen können. Stimmt, ja. Ich denke, ich hätte es ein anderer gemacht oder es wäre zu Anfluss. Ey, der Domi fährt richtig gesprungen, muss ich ganz ehrlich zu dir. Ja. Der hat grad, der hat grad nen Lauf. Ja, trotzdem, der hängt mir ja trotzdem die ganze Zeit dran. Jetzt hat er mich überholt. Bestzeit! Oh fuck. Wie krieg ich jetzt? Ne. Verpiss dich! Ja! Nein! Nein! Ein Glück. Du, jetzt hast du Glück gehabt, ohne Scheiß. Wieso? So halt. Was? Das war jetzt irgendwie saugnaff. Ja, aber hallo. Das waren alle richtig gut, Alter. Wieso hab ich dich getroffen oder was? Nein! Und dann bin ich auf'n Domi kurz hin und dann ist er weg. Mhm. Ein Scheißdreck, ey. Hört sie auf, hier zu essen. Das ist ekelhaft. Wenn ich dann dich nicht getroffen hätte, hätte der Tom, Tom, Domi dann gewonnen oder nicht? Ne, das nicht, glaub ich, weil ich ein bisschen vorne war. Mhm. Doch, ich war... Jetzt verpiss dich. Bats! Jetzt verpillst du dich, Junge! Nein... So war der... ... paso gelesen. Was should du, ey, du hast mich getroffen. Wie die aber... ...der Apfel hat mich gerammt. Mimi, Mimi... Ja, ich heule halt rum, so geht der eigentlich schon. Ich weiß es nicht. Und wir konnten den Motorrad fahren. Der kann hier nicht ein Motorrad fahren. Ja... Ich habe euch wohl eingehoren, da hast du m' daughters� tourt. hat sie das ist nicht mehr so ist jetzt was macht er ist er ist auch noch aus der Rösten die müssen der Kurs der Kurs 3 sind und das Wort und nein oder auch das war doch er hat mich ja definitiv doch jetzt schon Scheiße Kennst du uns nicht mehr wie er ist, du? Ja, aber ey Das war jetzt ein blöd Das war eine blöde Idee Was macht der da hinten? Ja, zu lang Hey, lol, du hast grad voll geleckt Domi Echt? Du bist grad rechts ab Hey, du! Du Honk Das kenn ich aber, das hab ich auch schon mal gemerkt Ey, du bist rechts abgeboten, aber einmal ist er wieder vor mir Ja, genau, das sind wir auch schon mal aufgemacht Was the fuck? Ich hab mir so gedacht, ja überholt, der hat nen Fall vergessen und dann kommt er wieder und ist vor mir Wie geht das denn? Hehehe Hey, das hat doch nicht mal hingehauen Nee, ich kann ja ausgleichen Ja, dich auch nicht, ey, du Knecht Du Knecht Du kannst mir mal Arschlecken Wahnsinn Du hast so zwei Poppys, die wir da vorne haben, die werden wir gleich gleich wiederholen Das möcht ich sehen Scheiße, schankst du da, ey Oh, ich fehl grad Du merkst, ich hab mir gedacht, scheiße, jetzt bist du wieder vorne Das ist aber gar nichts falsch Das bist du gar nicht Das bist du gar nicht Das bin ja ich Ahhhh Nein, wie soll ich die immer falsch? Ich nehme die auch falsch Ich kriege, die kriegt man mich überhaupt nicht, dass man die kommt Ich drücke die da, wo ihr dann X drückt und nicht schafft Ja, aber Fragezeichen schafft was Ja, klar Die ist schon viel geiler hier, die da Die ist geiler, die schafft man besser Die schafft man, die schafft man erst gar nicht mit der ersten Down Eben Dummy, ich komme Das ist ja noch nicht letzte Runde, lol Nein, zum Glück nicht So hätt ich nicht gedacht Weißt du, das ist auch noch geil wäre, wenn man so die Reifenspuren auch noch sehen würde, die man machen würde Ja Weißt du, du kannst damit dann irgendwie so unebenheiten reinbringen, der andere, der hinter dir fährt dann Scheiße Ja Scheiße Zieh doch Zieh Nein Ja Mann, du Spaß Wie schafft man das, mich da wegzuhnen? Ich war voll aufm Boden 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 Am Boden So ein Knecht Ja Der war nicht schlecht Ach, halt dein Maul Cool, ich bin auch mal auf dem Schild gefahren Scheiße Naah Spawn doch Ja, ja, ja Ja, und wo Spawn ich wieder? Ja, 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 ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Damit zieht ab, Alter, was ist los Und Der hat richtig geübt jetzt Nee, ich hab einfach grad... Der musste nur warm werden, dann zieht der richtig Ich kau' nur einfach... Der Knecht hat einfach jetzt geübt Der Knecht hat einfach geübt Der Knecht hat einfach geübt Der hat sich gedacht, der übt er mal Eine Zeit Ne, der hat sich... der musste nur warm werden, dann passt es Ja, bloß wann hat er geübt? Eher warm werden, was? Jetzt werden du grad das auch wieder synchronisiert Ich bin warm werden, ich bin schwul Hi Hi Hi, ich bin sehr schleffig, wie geteilt, du musst auch So Jetzt wird spannend, glaub' ich Was heißt, hier spannend? Verbiss dich? Nein Verdummst du ? Nein! Nein, nein, nein... Warum fährt denn der jetzt ? Weißt ? Jetzt bin ich schneller als sonst Aber ich schaff die Schanzen nicht Was soll der Scheiß ? Wow, der kürzt ab und schacht trotzdem nicht Das gibt's nicht Ich versteh's nicht War ich schnell unterwegs als sonst, aber schaff die Schanzen da noch umsoweniger Weißt ? Boah, der ist schlecht Steh ich nicht Jaa, Ötlander, Fragezeichen bitte Das hab ich jetzt nie verstanden Weißt du bist schnell unterwegs Du springst aber sonst über die Schanzen kürzer Obwohl du dann doch unterwegs bist Keiner Ah, voorim jetzt wurde es auch mal Zeit, dass ich gewinne, ey, Wahnsinn! Nein, jetzt schon wieder Ödland! Da verliere ich immer! Hey, da verliere ich immer! Jetzt machen Trick, ey! Wahnsinn, ey! Da wartet er so lang, bis er nicht mehr Handy erhaut von der Zeit. Das ist bestimmt auch geil, wer heißt, man verlagert ja das Gewicht. Schon mal aufgefallen, eigentlich. Also, normal müsste man dann darüber die Zeiteldrehung reinbringen, übers Gewicht verlagern. Ja, klar. Ja, jetzt steht das wieder nicht! Mann! Der ist kein Mann, der steht's nicht. Ach so. Der versteht's nicht, das ist kein Wissenschaftler. Der versteht's nicht. Das ist kein Wissenschaftler, der versteht's nicht. Das ist auch so eine Art. Nein! Wie viele Punkte denn? Ich glaube, mehr ist der Domi. Domi hat grad mal hunderte. Ich hab 2.000. 500. Jetzt komm schon, ey! Ich hab 7.000. Ich hab' am Arschlecken, ey! Ich hab' am Arschlecken, ey, 7.000. Was denn das hier? Ey, das war' ich mir auch. Glück gehabt! Glück gehabt! Ich hab' mir auch! Wie macht'n das? Glück gehabt! Also, ich würde dir mal raten, Domi, 4.000. Auf jeden Fall zweiter zu werden! Niemals! Dann kriegst du mir noch mal ein paar Punkte! Yeah! Ich glaub' das ist eher ein Mission Impossible! Aaaaah! Pi-Umdrehung vorbezettet! Wie war das? Ein Einarmiger bei... Seppi, wie hast du gehört? Vier Umdrehungen vorwärts! Ey, ja, wie hast du das gemacht? Den Dingen drin drin oder wo? Nein, hier! Ja, hier! Ich seh' dich auf der Karte nicht! Bist du da links oben oder was? Ich bin da auf das Ding hoch und hab' ich vier Umdrehungen vorwärts! Ja, ja, aber... Schau, schau jetzt mal bei mir rein! Ja, ich seh's ja! Das Ding hier hoch! Da, liebe Zuschauer! Hier! Nein! Okay! Dann bist du da hinten links im Eck irgendwo! Na, scheiße! Wenn du da komisch rumdödelt! Ich hab' ne richtig geile Rampe grad gefunden! Schön! Oh, jetzt hat's wieder hingehauen, ey! So eine Pussy echt! Kann nicht mehr mit dem Fahrrad fahren! Was denn? Drei Umdrehungen, aber richtig geil gelandet! LOL! LOL! Richtig emotionsfreies LOL! LOL! Wie so'n Schwachsinn! Jetzt komm' schon, Mann! Jetzt mach' dann Trick! So ein Lappen! So ein Lappen! Klingt so geil, sorry, aber... Und? Jetzt mach's halt! Ja, jetzt... Wo bist du? Bist du auch grad' auf der Karte zu sehen oder nicht? Mann! Finde ich, da links um! Ach, da hab' ich auch'n Trick voll gemacht! Das ging gar nicht schlecht! Ich krieg' ja kein Speed mehr hin! Speed, eh! Metal! Der! Nein, nein! Drogen! Drogen! Nicht gut! Weed am Start aber ganz... Toll! Mit dem Vorderrad wieder'n Boden drin, sagst du? Äh, wie wär's wenn man die... Freestyle-Zeit fürs nächste Mal auf 5 Minuten reduzieren? Mann, wie so bricht der ab so ein Horn! Den hätt' ich sogar gestanden! Ja, jetzt hat er auch wieder abgebrannt! Äh, und so fällt hin! Ich auch! Ich auch! Also, was meinst, 5 Minuten reduzieren dann das nächste Mal? Ja, möglich, ja! Jetzt haut's den da hin, obwohl er ganz normal runter ist! Hey! Was soll die Scheiße, ey! Der bricht immer ab! Das interessiert ihn gar nicht! Das interessiert ihn gar nicht! Das interessiert ihn gar nicht! Und ne Scheide Rampe finde ich grad auch nicht! Nein! Das ist auch nicht schlecht! Wie viele Punkte? 6.000 Zu vier, wie hörst du? Hey, ja! 26! Wenn der jetzt noch einmal abfricht! Er ist denk' ich mir auch grad! Ey, die Hälfte des Dinger hat er abgebrochen, alles Spiel! Ich verstehe nicht, wie er das macht, dass er mal abfricht! Ich auch nicht! Ach so, was solltest du hier ändern? Ja, genau! Jetzt hat er das Spiel abgebrochen! Boah, jetzt hab' ich schon wieder! Ich hab's Gefühl, wenn man zu schnell die Tasten drückt für die Tricks! Nö! Quall gegen die Röhre! Wumms! Hab' ich's Gefühl, dass es passiert! Meinst? Ich mein' nicht, weil ich drück' mich zu schnell immer! Ja, denkst du mich nicht! Ja, aber wenn man sich da vielleicht verberückt! Irgendwie! Eine Tast ist zu viel oder keine Ahnung! Oh, ich bin oben! Ich bin oben! Ich bin oben! Müsst' ich bin oben! Oh, das ist ein Lag! In der Tastatur! Nein! Scheiße! Scheiße! Jetzt war ich grad da oben, wo dieser Maulwoskopf ist! Ich bin immer noch hier oben, wo der Maulwoskopf ist! Der da! In der Mitte, ganz oben! Da kommt manchmal der Maulwoskopf raus und dann kannst du die Strecke freischalten! Ach so! Ich kann's da freischalten? Ähm... Maulwok! Eine von diesen Comedy Freestyle-Strecken, die so bunt ist oder sowas! Ach nee, diese Regenbogenkacke da! Die ist richtig scheiße! Ja, die ist... Die brauch' man nicht fahren! Mann! Uh! Wir standen sogar! Wie viele Punkte? Ah, krass! Ich hab' 8000 Punkte! Okay, ich brauch' mir keine Sorgen mehr machen, aber mich nervt's, dass nix klappt grad! Das wär' ich auch krass! Mann, jetzt fällt der schon wieder hin! Jetzt bricht der schon wieder ab! Da hätt' ich gedacht, bricht er mal ab, was? Da hätt' er sogar vier Umdrehungen jetzt geschafft! Hat' er! Hat' er! Sogar gestanden! Mann! Hey, wieso? So, jetzt fahr' ich erst gar nicht mehr! Tschüss! Doch, den kann man noch machen! Hm, hm, hm! Oho, hach' noch! Oho, hach' noch! So, schwarz! Hahaha! Du bist seit Schlumpfen! Du geh' schon gedacht, äh, jetzt man! Einmal? Sag' du mir nicht früher! Ja, weil ich gerade auch auf die Woche schaut hab' er ist, er ist sauell! Tolle abgebrochen! Bei mir gerade so wird der Schwarz gewenkt! Einmal hat er gar nicht möglich! Ey, wo ist da? Armin Ehe ich hasse die ich bin gerade an einem richtigen Scheiß-Wort jetzt noch mal ab dann bricht er noch mal ab dann lasst du die wieder ab zeigen wir wie du nicht entscheiden könnt, dreh ich die Runde noch oder nicht? Ne mein ich, rums! Ja, elf Elf! Wie führst du, Toni? Zwölf Woa... Ich wollte den Toni wissen... JETZT MANN! Hätt ich jetzt 13 gehabt 13, 4000 3 und 4 Ne, 9000 Spost Hätt's auf, ich hab noch ein Artrick gemacht! Juhu! Zeig guckte! Ich hab' ich auf die Uhr nicht geguckt! Okay, dann war's das! Bis zum nächsten Part! Tschüss! Tschüss!